hallo ein weiterer beitrag zu burgtheater von daheim für daheim ich wurde aufmerksam gemacht dass sich im hintergrund gestern schleichwerbung befunden hat die mache ich heute noch mal ein bisschen deutlicher dieses bändchen dieses lustige taschenbuch wurde von helmut emmersberger ins wienerische übertragen und ist ganz fantastisch und auch jetzt oder nächste woche wieder in den trafiken erhältlich es war nämlich schon ausverkauft vorlesen tue ich ihnen jetzt aber nicht was von donald duck oder helmut emmersberger sondern heute von peter ahorner die mehlspeistiger die schnabulirsucht der wiener wird durch animalische wesen verbreitet nämlich zimtschnecke und mehlspeistiger ihre vorfahren hausten noch bei bat ischl klammer auf nicht zu verwechseln mit ischl klammer zu bei bat ischl in zaunerstollen heute leben sie auf glasierten baumstämmen des wiener waldes hupfen von google zu google und ehe sie sonntags dem kardinal schnitten in seine kokoskuppel bringen putzen sie sich erzfein heraus sie baden nämlich in milliram dann ist alles sehr festlich und das weise zimtschneckenoberhaupt mit seinem reichsapfel im schlafrock drückt dann schon ein linzer aug zu wenn ein badschottes mehlspeistigerl nichts gelernt hat es etwa gewagt hat eine sacharin torte zu fabrizieren und daher im pflichtgegenstand geheimste backkunde einen zwetschgenfleck verdienen würde die alten mehlspeistiger können aber auch sehr rigoros sein dass ihre enkeln indianer mit schlagspielen wird freilich geduldet wenn aber die jugendlichen denen eh alles bovidl ist in der nacht beschließen unfug zu treiben strudel ausziehen und dann sich selber als mohren im hemd mit pariserspitz am kopf sich dreist auf den rehrücken schwingen und friedliche wäschermädeln vernaschen oder schlosserbuben im jargon der halb aufgegangenen backteigfische heißt das gelieren oder roulade machen ja dann müssen sich diese maulschleckenden schleckmäuler eine gstaubte sardinenpredigt anhören in der schokoladeneiszeit wurden solche vergehen unerbittlich geahndet ein big süßer scheiterhaufen wartete auf die süßen sünder das ergebnis dieser exekutionen waren die freunde und zwetschgenröster die aber bis heute bei jedem schmarrn dabei sein müssen